Hier lang! So, jetzt bist du der Psychopath. Da bin ich ja schon mal froh. Hä? Was ist das denn jetzt? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Oh, wir haben schallgedämpfte Pistole. Warum haben die unsere Charaktere gewechselt? Keine Ahnung. Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht gerade. Würde es dir schon jetzt sein. Jetzt hast du die Fukuhila Matte. Weil da vorne sind welche. Dürfen entdeckt werden? Ähm... Also bisher hat es ja nie geschadet, oder? Ja, dann lass aber erstmal irgendwie in Deckung kommen, glaube ich. Und... Pew, pew, pew. Die wissen ja eigentlich wie die geschieht, ey. Irgendwelche Flughafen... Puzzis. Warum kommst du denn her? Oh, der ist ja... Komisch gestorben. Komm! Hier können wir nicht bleiben! Ähm... Ich schätze mal, wir müssen hier runter. Ja. Vom Sacko auch noch ein Trainingshaus, ey. So geil. Wir müssen sie kriegen, bevor sie Verstärkung rufen. Soll ich nur Verstärkung rufen. Mehr Munition für uns. Die Pistole ist ganz gut eigentlich. Ah, rechts sind voll Fehler. Ja klar, wieviel Treffer er frisst. Mhm. Wo bist du noch da? Ist klar, du. Ach, hier laufen auch noch so komische Flughafen oder weiter rum. Ach, hier laufen auch noch so komische Flughafen oder weiter rum. Ja, stimmt. Ja, ich nehme an, dass das dann irgendwie... Äh, aber ein Cut ist, weil... Zivilisten und so nicht... Äh, erschossen werden können. Ja. Ja, ja, das ist dann die deutsche Cut. Denke ich auch. Ah, ist auch noch so ein... Typ hier da. So, hier runter, ja. Zum Wartungstunnel. Ja. Ja, hier geht's ganz weiter. Ah doch, hier. Ah. Man hört sie aber schon wieder quacken. Ja, da sind sie schon. Hat denn einer noch gelebt? Nee, sieht rot aus. Hier machen wir ihn noch eher. Ähm, hier vorne ist der Ausgang. Ja. Ah. Ja, was hier hinten dann? Oh shit. Ach, nix. Hier hat man auch noch reinkommen können noch. Ich komme! Jau. Oh, hinter dir schießt noch einer. Ah, da ist irgendwo eine Ecke da. Ja. Oh shit, ich bin extrem rot. Wie? Ah, da ist doch ganz gut, dass man diese Schultersicht wechseln kann. Man kann die Schultersicht wechseln? Ja, von links nach rechts. Okay, das war nicht gewusst. Äh, hier geht's. Wann mal wie denn? Ach, Tatsache. Mit ein... Ach, und hinhocken kann man sich ja auch? Ja. Ja. Ja, guck mal an, ich gewusst. Siehst du? Die Tasten hier drückt. Deswegen haben sie dich wahrscheinlich vorhin entdeckt, als wir da auf diesen Busbahnhof schleichen mussten. Oh, hat er mich erschrocken, ey. Verpiss dich. Wie gemütlich auch spaziert. Hier liegen vor die Leichen rum. Wo wissen wir denn jetzt lang? Wo ist denn das? Wo ist denn das hier für'n Bürgarten, ne? Einfach die schildern jetzt irgendwie die Folgen. Ja. Ah, hier. Ja, hier ist ne Leuter. Ah, okay. Auch mit dir. Du. Wann denn einer von uns überhaupt fliegen? Ach, bestimmt. Solang du's nicht bist, alter Psychopath. Ich geh mal auf. Ja. Auch grad die Idee hochzugehen. Halt die Augen offen. Oben ist irgendwie immer sicherer. Ja, aber irgendwie. Hier nicht. Wir müssen weiter, ein bisschen wieder runter. Dreck. Oh, hier steht ein Flugzeug. Ja, ohne Flüge. Leise Lynch. Nein Lynch. Ach, man wird schon wieder leise. Wir kommen doch eh nicht an denen vorbei. Ja. Was? Wir finden ein anderes. Blöde Arschlöcher. Das heilt. Probier. Ja. So, okay. Sind hier irgendwo Gasflaschen? Achja. Da fehlt der ja auch. Die Flüge sind da abgenommen. Die Flüge sind da auch im Weg gerade. Ja, hab ich doch gesagt. Hast du ja schon reingekommen so. Achso. Oh. Und der hat natürlich überlebt. Ach, da hinten sind auch noch welche. Aua. Ja. Wolltest du jetzt nur mal langsam wie ne neue Waffe oder Muni? Ja, da liegen aber überall nur diese komische Pistolen für uns. Ahja. Ahja. Besser wie nüch, ja. Okay. Oh Gott. Mach einfach was ich sage, hm. Ah. Jelle Kondition. Sehr schön. So. Ah, hier ist ein Tor. Und da ist er wieder raus. Ich sehe keinen anderen Weg, okay? Kriegst du das hin? Ja. Kriege ich. Gut. Suchen wir ein Flugzeug. So. Bis gleich. So. Wieder Back in Action. Ja. Es ist nur die Frage, wo wir langen müssen. Ähm. Da kann man raus. Da geht's nirgends wo lang. Ich nehme an hier runter. Ach, da steht ja auch was grünes schon wieder rum. Ja. Ja. War voll ungewohnt, so ne Ruhe. Ja man. Voll still. Zwei Türen. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden den Flughafen weit abriegeln. Ich weiß. Wir müssen außer Sicht bleiben. Oh Mann. Achso wir waren trotzdem beide reingegangen. Entspann dich. Wir sollen außer Sicht bleiben. Das haben wir bis ans anscheinend einmal bekommen. Jetzt packen wir es. Jo. Oh Mann. Oh Mann. Ahja. Da stehen sie schon alle. Ja. Ja und die stehen direkt an dem Tor wo wir hin sollen. Ja also. Und das dann funktionieren außer Sicht bleiben. Ja und sie haben uns. Da kommen sie doch schon angeschissen. Haben wir ja tollen gekriegt mal wieder. Ich glaub das kann man wirklich gar nicht umgehen. Naja. Dann wäre es ja auch kein Canyon Adventure im Prinzip. Ich seh grad gar keinen. Ach da. Ach da oben. Und ja. Die paar Doofen verteilt. Na gut. Die machen hier wieder Suicideangriffe. Ja. Aber die. Aber die ganzen komischen Flughafen. Ja. Genau. Die wollte ich eben sagen. Die stören. Ja da wirst du jetzt eigentlich schon im Spielfluss wieder eingebremst. Durch die Cut Version. Weil ansonsten würdest du so umschießen und gut ist. Ja. 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 Jetzt lädt der nach. Und ich konnte sie nicht aufheben. Okay nochmal. Vor allem, dass die das Tür aufbrechen, ist schade. Och, der ist ja schon wieder rausgeflogen. Ja, er hört mich nicht, das ist richtig. Was ist das denn heute? Aber wir haben gerade festgestellt, also er ist nicht der Einzige. Es waren noch ein paar andere im TeamSpeak, die sind auch rausgeflogen. Kriegt man es hier wieder unnötig schwer gemacht. Ah, der ist aber hier, er ist hier hinterher gelaufen. Dann laufe ich da mal mit. Weil der Passwort ist nicht halt auch, äh, der Passwort, der Channel ist auch passwortgeschützt. Na, hoffentlich kommen sie jetzt nicht hierher. Ich mache mal wieder Unterbrechung.